So, die bisherige Folge war etwas abstrakt, deshalb machen wir in diesem und den nächsten Clips ein paar Übungsbeispiele. Mit unserem Wissen um die CQP-Syntax können wir nämlich jetzt abfragen, wie aus der letzten Folge präzisieren, als wir nach der Phrase the...haus gesucht haben. Machen wir das mal mit einem ähnlichen Beispiel, aber suchen wir statt Häusern ein paar Autos. Die Abfrage the variables token cars gibt uns eine Konkordanz mit 87 belegen. Da stehen jetzt zwischen dem Artikel und car vor allem Adjektive, aber auch Nomen wie company oder factory. Man kann jetzt diesen Slot natürlich auf Adjektive begrenzen, indem man für den zweiten Slot eine Bedingung formuliert. Wir machen uns übrigens zunutze, dass man bei Mehrwortabfragen die Abfragesyntax mischen kann. Ich kann also das erste Token wie gehabt mit den einfachen Anführungszeichen formulieren. Ich kann natürlich auch das Nomen an der dritten Position lexikalisch unspezifiziert lassen und nur nach Ketten aus Definitartikel, Adjektiv und Nomen suchen. Also hier an der dritten Stelle, Klammer auf, class ist gleich subst. Und diese Ergebnisliste fallen auf den ersten Blick sofort ein paar Kleinigkeiten auf. Der Beleg an dieser Stelle hier, the post big bang boom, folgt zwar den orthografischen Konventionen des Englischen mit dem Präfix post, aber es ist klar, dass sich post auf big bang bezieht und nicht nur auf big. Das handelt sich hier also um ein Problem der Tokenisierung, das sieht man häufiger. Außerdem werden natürlich auch Eigennamen gefunden, logisch, wenn man an der dritten Position nach subst sucht, wie hier zum Beispiel the future Taurus. Allerdings wird hier wiederum klar, dass nur der erste Teil eines Kompositums Taurus System gefunden wurde. Warum das so ist, ist klar, ein englisches Kompositum, das mit Spatium, also auseinandergeschrieben wird, besteht korpuslinguistisch aus zwei Tokens, müsste also auch als zwei Tokens gesucht werden, wenn man an Komposita interessiert ist oder das gewünschte Phänomen ein solches Kompositum enthalten könnte. Aber im Prinzip haben wir jetzt eine ganze Menge sehr einfache, definierte Nominalfrasen gefunden, die ein Adjektiv enthalten. Die Abfrage kann man natürlich noch weniger spezifizieren, indem man an der ersten Position auch andere Artikel zulässt. Dazu schauen wir im Cheatsheet nach dem Classwert, den Artikel im BNC haben können und sehen a, r, t. Wenn ich das so eingeben würde an der ersten Position, class ist gleich a, r, t. Dann werden auch Nominalfrasen gefunden, die vorne a, n, no oder every stehen haben. Als Übung können Sie jetzt ja mal selbst versuchen, eine Abfrage zu formulieren und zu verfeinern, die Präpositionalfrasen findet. Also Phrasen wie in the house, by the river oder through the open door. Überlegen Sie vorab, was in solchen Phrasen stehen kann. Wenn Sie Lust auf eine Knobelaufgabe haben, modifizieren Sie Ihre Abfrage so, dass in einer Abfrage zusätzlich auch Belege gefunden werden, die keinen Artikel oder kein Adjektiv haben. Also Beispiele wie with considerable pleasure oder sogar nur with pleasure. sowie eine Abfrage zu entwickeln Sie her. Wir brauchen Sie sie in der Schmerz des Schmerz des Schmerz. Herr Rathen des Schmerz des Schmerz des Schmerzes über den Schmerz des Schmerz des Schmerzes. Vielen Dank.